Lego ist nicht nur bei Kindern sehr bekannt, sondern auch bei Gerichten und Wettbewerbern, denn Lego mahnt kräftig ab, habe ich in der Vergangenheit immer mal wieder berichtet. Und jetzt macht Johnny's World, einer der großen Lego-YouTuber bzw. Klemm-Baustein-YouTuber, muss man korrekterweise sagen, darauf aufmerksam, dass es ein Bauteil gibt, das sich Lego gerne patentieren lassen möchte und mit dem Lego künftig die Konkurrenz lahmlegen kann. Dann jedenfalls ein gewisses Produkt der Konkurrenz. Was das für ein Bauteil ist, was Johnny da rausgefunden hat und wie das alles rechtlich zu bewerten ist, schauen wir uns an in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Borger & Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und Johnny heißt eigentlich Thorsten, aber sein Kanal heißt Johnny's World und er hat ein Lego, ein Klemm-Baustein-Shop, in dem es eben Klemm-Bausteine gibt, steingemacht, das heißt er, steingemachtes.de, aber in dem es jetzt eben nicht mehr Lego gibt. Ich weiß gar nicht, ob er jemals Lego hatte, aber auf alle Fälle hat er alle Arten an Klemm-Bausteinen, bei Steingemachtes und er hat jetzt ein neues Video veröffentlicht mit dem Titel Extra-Bart Lego killed the Kada Supercars. Patent sagt nein und da wollen wir mal reinschauen. Es geht um ein bestimmtes Teil, was sich Lego als Patent schützen lassen will, weil Lego es erfunden hat und damit die Konkurrenz aus dem Ball bringen will, aus dem Tritt bringen will. Also, wie ihr gerade schon vielleicht den Worten entnommen habt, es geht um ein Patent. Und da ist nicht mehr zu spaßen. So ein Patent ist ein viel strengeres Schutzrecht als zum Beispiel ein Designschutz oder auch ein Markenschutz. Und da sind die Streitwerte ruckzuck riesengroß. Und es ist auch so, dass man als Händler und Hersteller und Importeur halt vom Gesetzgeber auferlegt bekommt, man muss den Markt überprüfen und dafür sorgen, dass man nicht gegen irgendwas verstößt. Was allerdings in der Wirklichkeit und im alltäglichen Geschehen teilweise nahezu unmöglich ist. So in diesem Fall. Es geht um ein Patent. Und ein Patent ist nicht eben wie ein Teil oder sowas, sondern ein Patent schützt eine Idee, eine technische Idee, einen technischen Gedanken, der neu ist. Ein Design, da habe ich euch ja schon mal ein Video zu gemacht. Ja, also, upsala, da ist schon das Nächste. Also er sagt erstmal, es geht ums Patent. Das war der Held der Steine, den sehen wir gleich auch noch. Der kam dann offenbar direkt als nächstes. Und es geht um ein Patent, was sich Lego schützen lassen möchte. Und wir zeigen euch mal, was das für ein Patent ist. Ich habe noch nicht so richtig was zum Punkt gebracht. Ich zeige euch mal gerade, um welches Teil es geht. Ich bin ja nicht wundern, wenn hier Teile abfallen. Der hat bei uns im Laden gestanden, viele, viele Monate. Da haben eine Menge Leute dran rumgespielt. Und zwar ist es hier dieser orange, dieses orange Teil hier. Krass, mini Teil. Das ist dieses, die Nummer blende ich hier unten gleich mal ein. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu dem Teil bei Bricklink und auch bei Rebrickable. Und ich werde euch auch dann Links zu den Patentgeschichten und sowas einblenden, dass ihr euch das selber mal angucken könnt. Dieses Teil ist ja in dem Bugatti, ich glaube 2018, 2019, das erste Mal vorkommen. In diesem blauen Auto. Ich war da nicht so angetan von, aber nun gut. Es war halt der erste, wo dieses Teil drin verbaut worden ist. Und dieses Teil hat uns halt ermöglicht, uns Bauern an sich, uns Baumeistern, die Getriebe viel kompakter und komplexer zu bauen. In dem alten 911er Porsche von Lego, dem orangefarbenen, da war das noch in der Herkunft. Hier ist der Bugatti, genau. Und das Ding hat halt dafür gesorgt, dass man es viel kompakter und kleiner bauen kann. Ein geniales Ding, gar keine Frage. Ehre, wem Ehre gebührt, Lego hat es erfunden. Ich hätte jetzt ja eigentlich gedacht, so ein Ding lässt sich Lego als Design eintragen. Schwuppdiwupp, sofort geschützt, alles tutti. Und so ein Designschutz ist eigentlich auch eine Sache, die recht gut erst mal hält. Das zieht sich, selbst wenn es nicht gerechtfertigt ist, teilweise jahrelang hin, bis das Ganze geklärt ist. Aber nee, sie haben sich für den teuren, komplizierten Weg entschieden und haben das Ganze als Patent angemeldet. Und zwar nicht das Teil an sich, sondern die Idee, die dahinter steht. Das heißt also, die Technik an sich, die dahinter steht, ist damit vollumfänglich geschützt, sobald dieses Patent eingetragen ist. Momentan ist es... Das wollen wir uns mal näher anschauen. Also, Johnny hat herausgefunden, dass auf diesem kleinen, orangenen Teil, was man aber unbedingt zum Antrieb braucht, ein Patent liegt. Und das hat natürlich ein Problem, weil die Idee, genau wie er sagt, wenn man ein Patent hat, ist dann geschützt, beziehungsweise genau dieses technische Teil kann von anderen in der Form nicht mehr nachgebaut werden. Und er sagt später noch, dass auch die Mock-Designer, also My Own Creation, dafür steht Mock, künftig aufpassen müssen, weil sie ja teilweise diese Elemente mit einbauen in ihre eigenen Creations und damit auch eine Patentverletzung begehen. Wir gucken uns das Thema Patentverletzung mal an, weil wir ja auch in dieser Kanzlei relativ viel Know-how zu der Thematik Markrecht, Designrecht, Urheberrecht und eben auch Patenten haben. Johnny sagt ja, er ist überrascht, dass sie es nicht als Design eingetragen haben. Das geht tatsächlich relativ flott, um Design zu schützen, sondern sie haben den großen Wurf gemacht. Sie haben das Ganze als Patent angemeldet. Als Patent kann man vor allen Dingen technische Erfindungen anmelden. Beim Designschutz geht es so um Form und Aussehen. Dann wäre sozusagen genau diese Form geschützt, so in der orangenen Form, wie wir es da gesehen haben. Das wäre schnell gegangen, relativ einfach, Design- oder Geschmacksmuster. Und bei Patenten, da muss man eben die technische Erfindung schützen. Das kann man in München beim Deutschen Patent- und Markenamt anmelden, beim Europäischen Markenamt in Alicante oder eben international bei der WIPO kann man so ein Patent anmelden. Aber es muss eine technische Erfindung sein, sie muss neu sein und sie muss nachvollziehbar dargestellt werden. Das heißt, Lego muss das so beschrieben haben in dem Patentanspruch, wie das nachher auch ablaufen soll, dass man das nachbauen könnte. Die Patentanmeldung bleibt erstmal beim Deutschen Patent- und Markenamt 18 Monate unter Verschluss und dann wird die offengelegt und jeder sieht quasi, was da gemacht worden ist. Und das Patent für Lego ist noch nicht in deutscher Sprache beim DPMA veröffentlicht worden. Das kann aber bald der Fall sein. Der Countdown läuft für alle Betroffenen, denn was auf die Betroffenen zukommt, sind möglicherweise extrem teure Abmahnungen. Und wir gucken mal, was Johnny dazu sagt. Ich glaube, er hatte auch was zu den Abmahnungen drin. Ich hoffe, ich habe die richtige Stelle rausgepickt. Horchen wir da mal rein. Lass das sein. Wir mahnen dich mit erst einer Unterlassungserklärung. Unterfackel die bitte, schick uns die zurück. Tratter Zing. 4.500 Euro ungefähr. Weil die Gebühren für den Anwalt berechnen sich nach einem Streitwert. Und bei Patenten sind die Streitwerte immer mal so richtig hoch. Stimmt. Ein paar hunderttausend. Ich habe da mal einfach so hier den Streitwertrechner angeschmissen. Und normalerweise hat man so einen Streitwert bei Designs und sowas von 250.000, wenn es eine richtig bekannte Geschichte ist. Oder bei Marken. Bei Patenten geht das aber gerne schon mal in die Millionen. Und bei diesem hier, da haben wir mal so grob überschlagen, dass der Streitwert für einen Mokka, der das Ganze nutzt, zwischen 1 und 5 Millionen liegt. Können wir mal machen. Also gehen wir mal in den Streitwertrechner rein. Kann jeder von euch auch machen. rvg.pentos.ag ist so einer der guten Streitwertrechner. Und wir sagen jetzt mal, 1,5 Millionen ist der Streitwert. Also das ist sozusagen der Streit, um den sich hier alles dreht. Und dann gucken wir mal, was so ein Prozess kostet. Man geht davon aus, dass man sich außergerichtlich erstmal streitet. Dann geht es ins Gerichtsverfahren, muss man anklicken. Und dann schaut man, was unten rauskommt. Also ihr könnt ja für jeden Streit machen. Erste Instanz. Okay. Das sind 60.000 Euro für den Verlierer. Das ist dann hier aufgedröselt. Man sieht außergerichtlich, kommen 10.000 Euro zustande. Dann kommen Verfahrensgebühren zustande. Das sind die Gebühren, das kommt Terminsgebühren zustande. Also das sind die eigenen Anwaltskosten. Dann kommen die fremden Anwaltskosten noch drauf. Und Gerichtskosten. Das ist mal 60.000 Euro für die erste Instanz, 77.000 für die nächste und 101.000, wenn es dann beispielsweise zum Bundesgerichtshof gehen würde. Hier unten die stolze Summe von 247.000, wenn das durch drei Instanzen gefochten wird. Also wirklich keine Kleinigkeit, wenn Lego mit dem Patent lostingeln wird und die entsprechenden Konkurrenten abmahnen wird. Eine tatsächlich sehr teure Geschichte. Und das ist hier, wird noch etwas beschrieben, was ganz interessant ist, wer das jetzt noch trotzdem überhaupt noch nachbauen darf. Wie schon gesagt, die Idee ist geschützt. Und da kommen jetzt zum Beispiel auch Mocker mit in die Sache rein. Wenn ihr einen Mock baut und das da drinne verwendet, ist das erstmal in Ordnung als Privatmann. Macht ihr aber eine Bauanleitung davon und bietet die gegen Bezahlung an oder ihr bietet die sogar ohne Bezahlung auf Rebrickable an. Dann leistet ihr einer mittelbaren Patentverletzung Vorschub. Und das ist strafbar. Ja, also da hat der Thorsten tatsächlich fast schon ein halbes Jurastudium offenbar hinter sich. Hat er komplett recht, kann ich nur unterstützen und sagen, ja, er hat vollkommen recht. Selbst, also wenn das alles so stimmt, wie er das herausgefunden hat und das Teile geschützt ist, dann müsst ihr da gleich vorsichtig sein, weil ihr zu einer Patentverletzung mit beitragen könnt. Wenn ihr sagt, wie man so ein Teil nachbaut oder eben patentverletzende Teile irgendwo euch nehmen sollt, irgendwo anders wieder einbaut. Also gibt es viele Taten, die da denkbar sind und ihr habt ja gerade gesehen, wenn man das in Streitwertrechner reinschmeißt bis zu 250.000 Euro. Naja, wohlgemerkt durch drei Instanzen, wenn man das hier durchfechten will. Apropos teuer an der ganzen Geschichte ist es übrigens auch möglicherweise für Facebook. Denn wir versuchen gerade beim Facebook-Datenleck durchzusetzen, dass ihr hier euer Geld zurückbekommt. Wer also das Ganze mal checken will, unten in der Caption der Link, ob ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Doch gehen wir zurück zu Johnny und den habe ich hier in diesem Tab. Er hatte mir noch, ach ja, nee, genau, er hatte sozusagen darauf verwiesen, das kann alles sehr, sehr teuer werden. Und er ruft jetzt alle dazu auf, lasst die Finger davon. Und der Held der Steine, der ja ein Kollege von Johnny's World ist, der hat sich auch darüber geärgert, was Lego hier abzieht. Also beides keine Freunde von Lego und er hatte das auch mit im Programm. Riesenidee, wir greifen Teile an, von denen wir der Meinung sind, die würden uns gehören. Das ist ihre Idee. Jetzt haben sie noch was Tolles gemacht. Sie haben sich noch einen Container geschnappt, weil sie da drin in einem Set 3x3 Platten vermuten. Und da ist Lego auch der Meinung, nur sie dürfen Sets verkaufen, in denen 3x3 Plates verbaut sind. Was ist mit denen los? Was ist denn mit denen los? Wie kommen die auf so eine Idee? Und dann kannst du sagen, ja Moment Onkel, das haben die als Patent eintragen lassen, geistiges Eigentum. Das ist 3x3 Platte, darf nur Lego verbauen. Sonst keiner. Ja echt? Guckst du da mal kurz. Es gibt ja diese Webseite, da unten in Alicante, da ist so ein altes Gemäuer. Da sind Informationen drin gelagert, da kannst du reingucken. Und dann siehst du diese 3x3 Platte als Design. Und dann steht da drunter, Design Surrendered. Sprich, Lego hat den Designschutz aufgegeben. Oder aufgeben müssen. Auf jeden Fall aufgegeben. Aber wegen dieser 3x3 Platte sperrt Lego gerade wieder Container von der Konkurrenz. Damit sie nicht ins Land dürfen. Damit sie hier von euch nicht gekauft werden können. Weil das die besseren Produkte sind für niedrigeren Preis. Mit einer Platte drin, die überhaupt nicht designgeschützt ist. Lego gibt es aber vor und listet es auf. In diesem Container ist ein Produkt drin, das eine 3x3 Platte beinhaltet. Container stoppen. Und das kann, das ist ja unser Gesetz, das geht so. Lego kann kommen und im Zoll einfach sagen, da ist was Böses drin. Haltet den Container fest. Und dann hat Lego lange Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie das ernst meinen. Oder halt nicht. Und Lego hat dank den Fanboys sehr, sehr viel Geld und kann es sich leisten. Und der kleinere Importeur hat keine Ware. Ob sie damit im Recht sind oder nicht, das müsst ihr an Gerichte klären. Das ist ganz schwierig. Vielleicht wissen auch die Anwälte nicht, dass das Design von Lego nicht mehr geschützt ist. Oder ist vielleicht sogar nie wirklich wahr. Das ist ja auch erst viele Wochen her, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Ja, mit seinem typischen Sarkasmus sagt er, vielleicht wussten sie es nicht. Also tatsächlich ist es so, dass man, wenn man Patentrechtsinhaber ist oder hier Designschutzinhaber ist, schon dafür sorgen kann, dass Dinge beim Zoll gestoppt werden. Das ist sozusagen etwas, was sowohl für das Patent gilt, was Johnny's World gerade gezeigt hat, also diesen kleinen Antrieb unten, als auch für die Platte, mit der jetzt offenbar containerweise Klemmbausteine gestoppt werden. Das funktioniert schon über die sogenannte zollrechtliche Grenzbeschlagnahme. Das ist eine Möglichkeit, Patentmarken- und designverletzende Produktpiraterie frühzeitig zu bekämpfen. Das heißt, die sollen gar nicht erst in die EU eingeführt werden, nach Europa eingeführt werden. Verdächtige Güter. Aber die Problematik ist natürlich, was ist, wenn sich nachher herausstellt, uh, das war gar nicht mehr geschützt. Und hier sagt der Held der Steine, er hat recherchiert, angeblich ist das Design aufgegeben worden und er glaubt, deswegen hat Lego gar keine Rechte mehr. Ja, aber so einfach ist es natürlich nicht. Wir wissen jetzt nicht, weswegen die Container gestoppt worden sind. Es kann natürlich auch sein, dass da noch irgendwelche Markenrechte verletzt sind, wenn da kleine Lego draufsteht. Sowas gab es schon mal in der Vergangenheit häufiger. Und es gibt auch verschiedenste Schutzrechte nebeneinander. Also Patent kann nicht drauf liegen auf so einer Platte. Es kann keine technische Erfindung sein. Aber auch Wettbewerbsrecht könnte noch hier zum Tragen kommen. Also verschiedenste Schutzrechte, die hier noch denkbar sind. Und das kann ich mir jedenfalls vorstellen, dass da noch mehr drin ist. Das heißt, auch hier wieder ein Streit mit Lego. Und das ist ja fast schon dramatisch, was die Klemmbausteinhändler hier mit Lego zu kämpfen haben. An allen Fronten. Also einerseits wird dann da ein Patent relativ spät erst angezeigt, sodass man vermuten kann, ach, die kommen doch jetzt bald mit Abmahnung raus. Dann haben wir hier jetzt eine kleine Platte. Und diese Platte wird dafür genutzt, dass ganze Container zurückgehalten werden. Ob zu Recht oder Unrecht, muss dann erst viel später von den Gerichten geklärt werden. Und so ist das manchmal mit den ganz Großen. Die setzen die Sachen durch. Wenn die verlieren, müssen die natürlich Schadenersatz zahlen. Dann muss der Container eben erstattet werden. Aber das sind Peanuts für Lego, die ihrer Konkurrenz damit das Geschäft unwahrscheinlich schwer machen. Und die auch vor allen Dingen den Klemmbausteinhändlern hier in Deutschland das Geschäft schwer machen. Weil die haben keine Ware. Die haben nichts zu verkaufen. Und das macht es natürlich wirklich schwierig. Und insofern kann es sich nur lohnen, immer wieder gegen Lego vorzugehen. Und ehrlicherweise auch die Verfahren in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben tatsächlich da auch einige Verfahren laufen. Werde ich zu gegebener Zeit auch von berichten. Und in dem Zusammenhang kann ich nur sagen, wir suchen auch noch Nachwuchs, neue Leute bei uns. Und wenn ihr Anwälte seid, Referendare oder Sekretariate, dann könnt ihr bei uns anfangen und könnt euch bewerben. Unten habe ich den Link zur Karriere-Seite. Und wer da draufklickt, kann sich auch vorab schon mal sein neues Büro anschauen. Hier kann man herwandern in den Empfangsbereich. Und wer dann mal bei mir reinschauen will, der geht hier links um die Ecke. So, hier links um die Ecke, da ist mein Büro. Wer reingucken will, wandert einfach mal rein. Und wenn ihr noch eine Etage rauf geht, kommt ihr ins YouTube-Studio und seht, wo unsere YouTube-Videos gedreht werden. Also wer Lust hat, schaut da mal vorbei. Und nicht vergessen, danach könnt ihr euch natürlich auch direkt bei uns bewerben. Wenn das passt, hier sind unsere freien Stellen. Würde mich freuen, wenn ihr da mal durchscrollt und guckt, was hier gerade so von uns gesucht wird. Ansonsten habe ich hier noch zwei Videos für euch vorbereitet. Würde mich freuen, wenn ihr euch die auch noch reinzieht. Die sind nämlich ganz bestimmt spannend. Und ich würde mich ansonsten auch freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Wir sehen uns. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.